Liebe Grillfreunde, es ist sehr grau draußen. Es regnet auch immer wieder. Wir sind in unsere Küche gezogen. Heute ist so richtiges Fritteusenwetter. Wir haben jetzt eine. Ich habe mich wirklich sehr lange gesträubt. Micky redet schon ewig von einer Fritteuse. Und ich immer, nein, wo wollen wir die hinstellen? Küche voll, zu viel Fett, gerade ist das Öl scheiße teuer und du willst eine Fritteuse. Ja, und ich hatte auch einfach nur Glück, weil wir wurden angeschrieben. Ja. Und nur deswegen hat Lydia gesagt, ich darf eine haben, nur durch Zufall, weil sonst hätten wir auch nie wieder darüber diskutiert. Ich habe vor einem Jahr schon aufgegeben, mit Lydia darüber zu sprechen. Ja, und das war auch gut so. Und dann kam die Firma Procenic um die Ecke und hat gesagt, probiert die doch mal aus, die ist so toll. Und was mich dann, was mich dazu getrieben hat zu sagen, na gut, war, dass das so eine Heißluftfritteuse ist und dass man da irgendwie nur ganz wenig Öl braucht. Ja, das habe ich dir aber zu meiner Verteidigung auch schon mehrmals vorher gesagt, dass es sowas gibt. Ja, das Platzproblem ist ja auch noch nicht gelöst. Trotzdem hast du immer Nein gesagt. Aber ich freue mich. Jetzt haben wir es. Ich bin ganz aufgeregt. Und das Erste, was wir machen, ist das Allerkoolste, den Bierpommes. Bierpommes, überzeugend. Ich habe ein ganzes Kilo Kartoffeln geschält und in Pommesform geschnitten. Wir machen eine Hälfte Bierpommes, die andere Hälfte normale Pommes, weil unser Sohn, der ist ja immer sehr festgefahren und nicht besonders experimentierfreudig, der kriegt dann die normalen und ich will die auch kosten. Wollte gerade sagen, wir wollen doch auch testen, ob Bierpommes überhaupt Sinn machen. Ja. Ich meine, der Name ist schon cool, aber. Macht sowieso Sinn, aber wir probieren es aus. Das heißt, ich mache jetzt ungefähr die Hälfte. Ungefähr die Hälfte. Ungefähr die Hälfte hätte es auch getan. Nein, Lüdi, aber 500 Gramm. Okay, ich mache genau 500 Gramm hier rein. 535 Gramm. Oh, das geht nicht, ne? Das geht nicht. Das war zu viel, oder? Ja. Das würde ich so ein Schätzspiel gerne machen. Das stimmt, du kannst es auch wahnsinnig gut schätzen. Niki ist so krass gut in Abschätzen. Ja, stimmt, das hätte ich eigentlich nicht sagen. Aber guck mal, 500 Gramm extra. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt, das haben wir als Tipp gelesen, kommt, das werden die Bierpommes, Eiswürfel hier rauf, ungefähr 15 Stück. Und dann gießen wir einen halben Liter Bier drüber. Zum Glück hat unser Kühlschrank Eiswürfel. Das dampft jetzt wegen der Eiswürfel. Cool. Und jetzt Bierchen. Plopp. Wie ihr da dran denkt, nicht trinken. Aber die Frage ist auch, wie wir das nachher würzen. Schon mit Chili auch, ne? Bier-Chili-Pommes, noch ein besserer Name. So, jetzt schwimmen die Pommes also in Bier. Ist das nicht ein schönes Bad? Möchte man sich glatt dazulegen. Und das muss jetzt, wie lange, 15 Minuten, ne? Ja, leider nur 15 Minuten. Wieso leider? Danach kannst du es schlürfen. Oh, da ist ja eine Kartoffelstärke drin. Nee. So, das Gerät hier, das lief bis eben schon. Das muss man nämlich wegen der ganzen Chemikalien erstmal ordentlich hochheizen und ein bisschen ausbrennen lassen im Prinzip. Wie beim Grill. Und das stinkt ja auch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also es lohnt sich. Macht das auf jeden Fall. Das war jetzt, glaube ich, so 20 Minuten oder so war das schon an, ne? Ja. Und weißt du was, Lydia? Ja. Das Ding hat sogar eine App. Oh, der Misty ist so ein Fanspieler, ne? Ja. Aber, ne, soll ich dir was sagen? Alles digital. Ich wollte dir gerade sagen, ich bin ja wirklich ein Fan von so den Apps und so. Finde ich ja witzig, ne? Aber die habe ich jetzt nicht vor zu installieren. Ich sehe da noch nicht den Vorteil. What? Oder soll ich es doch mal machen, um zu gucken, ob es einen Vorteil gibt? Wieso nicht? Na klar. Na, weil da oben... Du wirst schon einen Vorteil finden. Ist das eine App? Pass auf. Drück mal auf Ende da. Aha. Genau. Also raus den Knopf, genau. Jetzt ist das theoretisch aus. Und weißt du, warum ich denke, dass man keine App braucht? Weil man alles hier dran direkt aus- und anmachen kann und sehen kann? Ja, ich fand's schon. Da ist halt ein ganzes Programm drin. Drück mal drauf. Hier? Ja. Und da hast du alle Programme dann halt schon mit drin. Und dann kannst du direkt auswählen, ob du Pommes haben willst, Fisch, Toastbrot, Pizza, Tiefkühl-Sachen. Ja, dann sogar Pizza. Das fand ich auch total verrückt. Brokkoli und Blumenkohl. Oh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich find's auch ein bisschen witzig und daher, ich werd die App jetzt installieren, du hast mich herausgefordert, aber eigentlich find ich's ja gar nicht so sinnvoll. Es ist viel einprogrammiert und wenn du aber was ändern willst, kannst du oben links einfach auf Temperatur hoch und runter das einstellen und oben rechts kannst du dann eben noch sagen, weniger Minuten oder mehr Minuten. Also kannst du nochmal individualisieren, aber im Grunde ist alles voreingestellt. Ja, aber du kannst nicht, wenn du unterwegs bist, siehst du nicht, wie viel Zeit noch, weißt du, ist. Das stimmt. Das ist doch dringend notwendig, dass man, wenn man unterwegs ist, weiß, oh, wann sind die Pommes fertig. Ich glaube, beim Frittieren geht's so schnell, dass man das eigentlich nicht braucht. Pommes, Pommes, ah, hier. Genau. Und dann sitzt es, 195 Grad und 20 Minuten. Das ist doch fair, oder nicht? Ja. Ja, und dann machen wir ja noch was dazu, Lydia. Ja. Das können wir jetzt schon mal vorbereiten. Wir haben nämlich von yourbeef.de so ein geiles Polofino, so ein Hähnchenfleisch und man kann hier auch Fleisch drin machen. Du sagst, dass das so eine krass Überraschung war. Wir gehen jetzt also nicht an den Grill, um uns ein schönes Stück Hähnchen zu machen, sondern wir sind hier in der Küche und machen so eine Friturse. Wir probieren es doch nur aus. Komm, das ist doch nur ein Versuch. Da kann es doch keiner für verurteilen, oder? Oder? Wenn wir mal draufdrücken, dann kannst du rausziehen. Ah. Genau. Und dann hast du hier unten so eine Schale drin. So, das Hähnchen bereiten wir schon mal vor. Polofino. Also, das ist was ganz was Feines. Müsst ihr mal probieren. Das ist nämlich Keulenfleisch, also sehr saftig, aber ohne Knochen. So, Miggi, machen wir mal hier ein bisschen Rub drauf. Wie von Zauberhand ist der Rub drauf gelandet? Der Miggi, also, er fragt ja öfter mal nach ihm. Der wird in diesem Leben nicht mehr vor die Kamera treten. Ich bin mir sicher. Aber... Lydia, sagst du ganz ehrlich, mich gibt es einfach überhaupt nicht. Du drehst einfach auch alleine und hast nur so einen Stimmimitator, quasi, der nochmal drüber spricht und eigentlich bedienst du die Kamera selber. Genau. Nein, das ist natürlich nicht so. Wenn ihr ihn mal sehen wollt... Da, unser Sohn hat ihn porträtiert. Das bin ich. Daran seht ihr ungefähr, wie stark die Ähnlichkeit ist. Ja? Wisst ihr Bescheid? Fünf Minuten Preheat-Programm, Aufheizphase läuft. Das ist fertig, das mache ich mal weg. Spuckt. Übrigens hat uns letztens jemand gefragt, ob wir Fleisch abwaschen, bevor wir das weiterverarbeiten. Nein. Das machen wir nicht, weil die Bakterien, die da möglicherweise dran sind, spritzen dann hier in der Küche rum mit dem Wasser und sind da, ohne irgendwie nochmal heiß mit kochendem Wasser weggespült zu werden. Und auf dem Grill oder in so einer Fritteuse wird alles abgetötet durch die Hitze. Da ist heiß genug. Und übrigens habe ich festgestellt, dass in so einem Sack Kartoffeln nicht nur ein Kilo drin ist. Es ist mehr. Ich habe gedacht, es sieht noch so viel aus hier in dem Sieb. Wir haben einmal nachgemessen. Also wir haben jetzt den kleineren Teil zu Bierpommes gemacht, sagen wir mal so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, Lydia, weil du hast einfach das Gitter mit draufgestellt. Wir können das nachher mal messen. Ich sage dir... Ich glaube, es sind 1,5 Kilo in dem Netz. Lydia, wir machen eine kleine Wette. Ich glaube nicht, dass da 1,5 Kilo drin waren. Wir wissen jetzt, du hast 500 Gramm. Wir machen eine Wette. Traust du dich oder traust du dich nicht? Ja. Okay, du traust dich? Ja. Du kennst den Wetteinsatz noch gar nicht. Sag. Okay, pass auf. Der Wetteinsatz ist der... Heute Abend machen wir ja beide einen Kinoabend. Wir haben ja ein Date beide heute zusammen. Und der, der gewinnt und näher dran ist bei der Schätzung, der darf den Film aussuchen. Deal or no deal? Deal. Ich sage, es sind 1 Kilo. 1,5. Gibst du mir mal noch ein Stück Küchenrolle, dass ich hier trocken tupfen kann. Stimmt. So, was musst du mal als nächstes machen? Jetzt kommt Speisestärke. Stärke, genau. Jetzt kommt da Stärke. Weil wir haben ja jetzt quasi die ganze Stärke von den Kartoffeln abgenommen. Und jetzt kommt die wieder drauf. Richtig. Steakhouse-Pommes sind das dann? Ja. Leider nicht geriffelt. Oh ja. Also wir lieben ja eigentlich die geriffelten Pommes. Niki hat auch eine Theorie, warum die so viel geiler sind. Ja. Meine Theorie ist, dass einfach mehr Fläche da ist bei geriffelten Pommes. Mehr Fläche, Außenfläche bedeutet mehr Knusprigkeit. Ja. Und ich glaube, die Rillen sorgen dafür, dass das Gewürz besser hält. Weißt du, deswegen sind geriffelte Pommes immer ein bisschen geiler gewürzt. Vielleicht ist es eine Kombi aus beiden. Oh, er sagt, er ist fertig und wartet auf die Pommes. Guck mal, ist doch perfekt. Noch nicht jetzt würzen, sondern erst danach. Richtig? Das wollte ich dich ehrlich gesagt gerade fragen. Ich glaube, also wenn man jetzt irgendwo Pommes holt, so beim Döner-Mann oder so, dann machen die das nach dem Frittier. Dann machen wir das genau so. Aber ich weiß nicht, weil hier wird ja jetzt nicht so richtig das Öl, weißt du? Ach so, aber ein bisschen Öl muss ran. Und zwar 8 bis 15 Gramm. Aha. Spannend, spannend. Auf Pommes drücken und auf Start drücken und jetzt läuft das Ding. Genau. Wenn man das rausziehen würde jetzt, zum Shaken, dann hört das auch kurz auf. Dann lüftet er nicht mehr. Empfohlen wird, nicht länger als 30 Sekunden das rauszunehmen, damit nicht so viel Hitze verloren wird. Das finde ich auch ganz sinnvoll. Okay. Nach 10 Minuten ungefähr wird das so sein, ne? Er sagt das Bescheid. Ich glaube auch 500 Gramm da drin ist jetzt ganz gut, damit alles knusprig wird ringsrum. Das denke ich auch, ja. So, Miki, und wir gucken jetzt mal, wer recht hat. Also 500 Gramm sind jetzt in der Fritürste, das wissen wir ganz genau. Der Rest. Die Waage ist genullt, also die Schale wird jetzt nicht gezählt. Ich kann nicht abwarten. Sag's, komm schon, sag's schnell. Warte, ich muss hier von da gucken. 815. Es wird ein Thriller heute Abend. Ich mag gerne Psycho-Thriller. Wahrscheinlich wird das so ein Film. Ich wollte eigentlich wirklich einen richtig schönen Actionfilm mit dir gucken, wo es richtig Bums macht. Ja, sorry. Es hat gepiept gerade. Ich drücke jetzt hier drauf, ne? Ja, kannst du rausziehen. Und jetzt kannst du einfach shaken und schon mal gucken, wie es aussieht. Mega, die sind jetzt schon knusprig. Wieder auf Play drücken? Nee. Nee, der macht alles alleine. Auf Play. Ihr wisst schon, was ich meine. Es hat wieder gepiept. 20 Minuten sind um. Hier steht End. Jetzt nehme ich die raus. Micky, bist du bereit? Ich bin bereit. Wacke noch mal und guck mal. Das ist richtig gut. Guck mal. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, krass. Muss das jetzt nicht eigentlich auch noch mal abgetupft werden? Schon, ne? Nein, das machen die beim Döner auch nicht. Stimmt, du hast recht. Stimmt, stimmt, stimmt. So, was haben wir denn jetzt für Gewürz hier? Trüffelsalz einfach, oder? Ja, ich habe Trüffelsalz noch, wenn du magst. Nein, ich mag Trüffelsalz. Nee. Jetzt musst du da aber auch gut shaken, Lydia. Natürlich. Ich tue es jetzt. Ja? Habe ich nicht, ich habe es nicht erwartet. Micky? Ja. Also man muss wirklich darauf achten, dass die alle einzeln sind. Sobald da zwei zusammen sind, ist an der Stelle, wo die zusammen waren, ist es einfach noch zu feucht. Schade drum, wenn wir das Bier jetzt hier überlassen. Das heißt, wir machen noch mal eine Bierrunde, oder Micky? So nämlich. So machen wir das jetzt. Bevor du das aber machst, Lydia. Fleisch. Genau. Und ich leg das jetzt einfach hier unten so rein. Genau, schön verteilen würde ich das eben. Und glaube ich, Haut oben wäre beste Option. So, die ist da raufgefallen. Ich mache die mit rein. Die wird doppelt gemacht. Kennst du das? Pommes werden auch manchmal doppelt frittiert. Das checken wir jetzt. So. Ist das da eine Hähnchenkeule, oder ist das ein Krabbenbein? So, also wir nehmen jetzt das, was aussieht wie eine Hähnchenkeule. Ja. 25 Minuten, 195 Grad. Hört sich gut an. Play. 25 Minuten? Ja gut, auf dem Grill würde das auch nicht länger dauern jetzt. Nee, auf dem Grill auch nicht. Das ist ja dünn. Den Link zu diesem Gerät findet ihr unter dem Video. Wenn die Prime Days sind, wird das im Angebot sein? Nein, falls die Frage auftaucht. Das ist kein Affiliate-Link. Also wir werden uns daran nicht bereichern. Aber ja, die Firma hat uns dieses Gerät kostenlos zugeschickt für einen neutralen Test. Wir machen den auch ehrlich. Also die Firma will das nicht vorher sehen, was wir hier machen. Wir sagen hier ehrlich unsere Meinung. Das ist manchmal so, dass Firmen uns anschreiben, uns Geräte schicken wollen. Wenn wir Lust drauf haben, dann sagen wir ja. Und in dem Fall ist es auch so, dass wir kein Extrageld von der Firma für diesen Test hier kriegen. Aber das Gerät haben wir da natürlich. Du bist jetzt heiß auf die Fritteuse. Ich bin ein bisschen, ja. Es hat was gebracht. Wir haben, weil wir vom Grillen einfach nicht so richtig loskommen, zwischendrin gerade, die Kerntemperatur noch mal gemessen vom Hähnchen. Und es hat sich vermehrt. Ihr werdet gleich sehen, im Korb ist noch ein bisschen mehr. Denn wir haben rausgefunden, wie wir Hähnchen und Pommes gleichzeitig warm essen können. So, wir haben einfach nochmal die Pommes reingemacht. Das brutzelt hier drin, ich sag's euch. Oh ja, das sieht aber wirklich sehr gut aus. Wir machen jetzt hier so ein Tellerchen, wisst ihr? Wie im Restaurant. Ich mach jetzt hier die anderen noch rein gleich, ne? Ja, aber ich glaube, alle kriegen wir nicht rein, glaube ich. Ach klar, wir machen nur ein bisschen länger. Also das lohnt sich, glaube ich, schon noch ein bisschen länger, die drin zu lassen, damit die wirklich überall knusprig werden. So viel, ja? Ja. Das traust du denen zu? Ja, das traue ich der Fritteuse zu. Okay, krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Dann müssen wir nachher aber wenigstens nochmal ein kleines Update machen, ob das geklappt hat. Bin ich mir unschlüssig. Ich bin auch gespannt, ob das noch saftig ist. Ja. Ja, also beim Anschneiden jetzt, wobei es ist halt auch Polofino, das ist einfach von Hause aus schon sehr saftig. Weil es ist schon wirklich für Faule, ne? Das war jetzt schon super easy in der Sanktion. Und? Hörst du mal, du? Ich find's super lecker. Oh, bestimmt heiß. Das ist super saftig. Ja, das ist wirklich richtig gut. Also Freunde? Du hast die Gerntemperatur wirklich erreicht schon? Kannst du mal reinstecken? Ist ja so butterzart. 86. Ja, krass. Entweder siegt da einen wunderbaren Polofino. Es wird beides sein. Es wird beides sein. Ich denke, es wird beides sein. Und es war gut, die Pommes nochmal reinzumachen. Also fünf Minuten mehr. Wunderbar. Diese Portion ist jetzt auch fertig. Micky hat das hier schon mal auf dem Zebra, wird schon weg. Mach ich auch schon Schleichwerbung. Küchenkrepp. Das ist nicht mal zum Zebra. Es ist auf Küchenkrepp gelandet. So, und? Hast du schon gekostet? Ich hab's schon gekostet. Schmecken ganz anders als die erste Runde. Ach, echt? Ja. Deutlich bierlastiger. Man muss sagen, wir haben es diesmal 20 Minuten oder 25 in der Bierlache gelassen. Deutlich bierlastiger. Richtig gut. Aber würdest du denen sagen, dass 820 Gramm da reinpassen? Oder sagst du lieber weniger? Ich finde es passt. Okay. Man kann ja noch zweimal schütteln. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Haben wir gemacht. Genau. Und dafür ist doch, ich finde es super. Die sehen doch toll aus. Mhh. Mega. Ja. Also, das war sehr lecker. Ich muss gestehen, ja, das Platzproblem ist immer noch. Aber oben auf dem Schrank, wo auch schon Waffeleisen, Entsafter und so Dinge halt gelandet sind, da wird die zwischengelagert, oder? Ja, und man muss auch eins sagen, Lydia, in der Bedienungsanleitung steht, man soll die öfter nutzen, damit sie gebrauchsfähig bleibt. Und das werden wir machen. Da müssen wir uns halten. Also, auch Gemüse wird in Zukunft Heißluft frittiert bei uns. Und Snickers. Snickers? Ja. Mars. Alles. Twix. Aber der schmilzt doch die Schokolade und tropft da unten rein. Stimmt. Das ist eine Dumme. Ja, da hast du recht. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also, abonniert unseren Kanal Eine Frau lernt Grillen für auch zukünftige Tests und Grillvideos. Nächsten Sonntag kommt das nächste Link zur Fritteuse, falls ihr euch dafür interessiert, unter dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine Frau höll. Wir machen es noch mal. Und dann sehen wir uns da. Und dann sehen wir uns vor. Wir nehmen uns hinterher gutter ciudetzige Tests到h mớiia, Untertitelung des ZDF, 2020